Das ist Elmenhorst, Reisherz in Tunde-Hauenburg, Rundesstraße 207, Richtung Süden, 24.05.2013. Wir wollen auch in den Ostharz und kommen um eine weiche Strecke vor uns. Wir haben den Ostharz ausgewählt, weil das da sicher sein soll. Und wir haben ja gehört davon, von Schweden, von den News aus Schweden. Ich lese ja manchmal was vor uns, auch in den Nachrichten war das, da gab das Migranten und so Tage lang. Und da hätte ich eigentlich hinfahren müssen als Reporter, aber ich habe mich da nicht getraut. Wenn man weiß, da brennen so viele Autos ab und das Auto hier ist dann schon so viel Arbeit gekostet. Arbeit alleine, Geld auch. Und dann will ich euch, dass das flach rauf geht. Und hier ist Elmenhorst, mit dem Süden praktisch eine Fluchtstrecke. Ich zeige euch das, den ganzen Weg in Ostharz. Das ist Elmenhorst, aber erst mal hier. Oh, tschüss.